Ihr habt euch sicher schon die Frage gestellt, warum wir als RehaKlinik Social Media betreiben. Und genau da wollen wir euch mit ins Boot holen. Wir wollen, dass ihr wisst, was ist eine Skoliose, wie könnt ihr damit gut leben, wie könnt ihr aufrecht und bewusst durchs Leben gehen. Natürlich spielt da die Körperhaltung eine Rolle, aber auch die innere Haltung dazu. Ihr müsst euch nicht dafür schämen, dass ihr was gegen eure Skoliose machen wollt, was für eure Gesundheit machen wollt. Deswegen geht es selbstbewusst damit um und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden.